Hallo Leute und Willkommen bei KK Solutions. So wir kümmern uns heute hier um die Hinterradbremse an dem AS3F. Ich werde jetzt gleich den Wagen hochbocken hinten. Erstmal an einer Seite. Dann natürlich mit einem Bock noch hier abstützen und als nächstes dann das Rad abschrauben. So, wir sind jetzt hier an der Hinterachse. Ich habe das Rad runter genommen. Wagen ist wieder aufgebockt, Gegenwegrollen gesichert. Es wird nicht die Handbremse angezogen, sondern nur ein Gang eingelegt. Unterstellbock ist auch noch mal runter gestellt, dass der Wagen nicht unkontrolliert runter knallen kann. Wie gesagt, Rad ist runter. Hier ist eine Zentrierschraube, eine kleine Kreuzschraube. Die habe ich auch schon runter gedreht oder raus gedreht und die Bremsscheibe ist ab. Nicht die Bremsscheibe, die Bremstrommel natürlich. Mal gucken wir uns kurz die Innenseite an. Ist eigentlich noch ganz okay. Beim nächsten Mal könnte man sie mit ersetzen oder müsste man sogar. Aber es reicht erstmal. So, dann haben wir hier die Hinterradbremse vor uns. Hier ist der Bremszylinder und hier die beiden Auflaufbacken. Das nennt das auch Auf- und Ablaufbacken. Was man hier sieht, und soweit ist die Bremse von hinten jetzt trocken. Hier an dem Bremszylinder sehe ich jetzt nicht gerade, dass da Bremsflüssigkeit oder so ausgelaufen ist. Aber normalerweise kann man sie doch schon bewegen. Und, aber hier tut sich gar nichts. Also kann man davon ausgehen, dass der Bremszylinder festgerostet ist. Den kriegen wir auch so nicht mehr gängig und deswegen werden wir ihn austauschen. Um das jetzt hier auseinander zu bauen, nehmt ihr euch eine Zange und habt dann hier unten an dem Bremsbelag, packt ihr an und zieht das hinten aus diesem Anlagepunkt raus. Hier oben macht ihr erstmal gar nichts. So, dann habt ihr hier unten eine Feder. Die ist dann erstmal entspannt. Dann nehmt ihr euch eine Zange, eine Spitzzange und hängt diese Feder hier unten aus. Am besten habt ihr das auch so rausgenommen, dann wisst ihr, okay, so kommt die rein. Dann habt ihr hier diese beiden Haltefedern, diese Rückhaltefedern. Da geht ihr auch mit einer Zange hin. Die müsst ihr reindrücken, um 90 Grad drehen. Hinten diesen Stift festhalten. Und dann sollte er eigentlich relativ leicht rausgehen. Macht er jetzt hier aber gerade nicht. Weil er sich vielleicht da hinten mitdreht. Schauen wir mal. Okay. Habt ihr gesehen? Die Feder raus. Hier ist dieser Stift. So. Das ist dieses Scheibchen. Lauf man kann es sehen. Hier ist diese Feder. Das gleiche machen wir jetzt hier. Auf der Seite auch. Gleich geht es da ein bisschen einfacher. Das ging sogar sehr leicht. Das ist alles wegspringen. Passt auf, dass ihr da keine Teile verliert. Legt euch alles schön zusammen. Und es geht nachher das große Gesuche los. Und ihr kommt nicht weiter, weil euch Teile fehlen. So. Wie ihr jetzt hier seht, ist das eigentlich schon alles lose. Dass man das hier so weit rausnehmen kann. Im Endeffekt hängt es hier unten nur noch an dem Handbremsseil. Das hängen wir auch noch aus. Und dann können wir die Bremse eigentlich schon rausnehmen. Jetzt geht ihr hin. Nehmt euch Bremsenreiniger. Ich hab jetzt hier eine kleine Schüssel da drunter. Und sprüht es ein. Und macht die ganze Geschichte ein bisschen sauber. Wie gesagt, der Bremszylinder kommt gleich auch noch raus. Aber trotzdem kann man das jetzt hier schon mal ein bisschen sauber machen. Stellt eine Schüssel drunter. Versaut euch nicht so sehr den Boden. Dann nehmt ihr euch eine kleine Bürste. So eine kleine Drahtbürste. Geht hier so ein bisschen rüber. Hier ist es jetzt nicht so schlimm, weil der Ege tauscht wird. Tauscht ihr den Bremszylinder nicht. Nicht hier rüber gehen, so wie ich das jetzt hier gerade mache. Wenn ihr euch die Dichtung hier kaputt macht, wisst ihr undicht. Könnt ihr dann halt wieder tauschen. Und das muss ja nicht sein. Einfach dann hier so ein bisschen Anschläge sauber machen. Das sind dann hier. Da und da, da und da. Die Anschlagpunkte. Da kommt dann nachher auch ein bisschen Kupferpaste drauf. Damit wir dann nicht eine quietschende Hinterradbremse haben. So, bevor wir jetzt das hier alles zerlegen, also sprich den alten Bremszylinder ausbauen, vergleichen wir trotzdem nochmal den neuen Bremszylinder. Ventil ist oben, Anschluss ist unten. Das hat er auch. Und das Loch für die Schraube auf der rechten Seite. Also passt. Zu beachten ist, bei dem Zylinder jetzt hier, da ist die Verschraubung für das Ventil 8er Schlüsselweite. Bei meinem alten 9er Schlüsselweite. Schaut am besten vorher nach, legt euch das Werkzeug passend. Sonst müsst ihr jedes Mal wieder aufhören, Schlüssel holen. Einfach einmal gucken. Wie gesagt, hier ist es jetzt bei mir. Bei diesem 8, der alte ist 9. Jetzt geht ihr hin. Und nehmt euch eine leere Flasche. Ich zeige das mal hier. Mit etwas Bremslüssigkeit drin. Muss jetzt nicht unheimlich viel. Ich habe nur so ein bisschen, dass der Boden ungefähr, sagen wir mal, so viel bedeckt ist. Mein Schlauch. Wird hier hinten auch das Ventil drauf gesteckt. Mit meinem 9er Schlüssel. Dann mache ich das Ventil auf. Und guck, wie viel Flüssigkeit da rauskommt. Wie man jetzt sehen kann, will ich hoffen, kommt gar nichts. Ich erkläre auch gleich warum. Damit ihr seht, was ich getan habe, damit hinten nicht so viel Bremslüssigkeit rauskommt. Ich habe einfach eine Plastiktüte genommen, den Deckel vom Bremslüssigkeitsbehälter losgeschraubt, die Tüte um diesen Aufsatz rumgelegt, die Tüte rein festgedreht. Dann läuft hinten auch nicht so viel Bremslüssigkeit raus. Weil es kann ja hier durch nicht nachlaufen. Es läuft ja immer nur Bremslüssigkeit hinten, wenn Druck aufs Pedal ausgeübt wird. Also aufs System. Da es aber jetzt nicht passieren kann, ganz einfache Möglichkeit, kann man das so mit der Tüte machen. Das befreit euch aber nachher nicht davor, dass ihr das System auf jeden Fall entlüften müsst. Das ist immer so. Es wird definitiv Luft ins System gekommen sein. Also danach, nach solchen Arbeiten, habt ihr das System offen, zu eurer eigenen Sicherheit entlüftet ist. Dann geht ihr hin und öffnet die Leitung vom Bremszylinder. Das ist hier 10er Schlüsselweite. Es gibt dafür eigentlich andere Schlüssel. Bremsleitungsschlüssel. Das sind wie Ringschlüssel, nur die sind hier gekerbt. Also hier würde dann eine kleine Lücke fehlen. Habe ich jetzt gerade nicht, also muss es der 10er Maulschlüssel tun. So, wie gesagt, unser 10er Schlüssel. Und wir drehen dann damit hier hinten unsere Bremsleitung los. Haben dann hier so eine Überwurfmutter und unsere Bremsleiter. Haben wir die los. Es läuft Bremsflüssigkeit aus. Stellt euch wieder so einen kleinen Bottich drunter. Dazu habe ich ja schon mal was gesagt. Ist jetzt hier wieder eine Bonbon-Dose. Schmeißt solche Sachen nie weg. Man kann sie immer wieder brauchen. So, dann gehen wir hin und lösen hinten die Halteschraube. Ist auch wieder 10er Schlüsselweite für den Bremszylinder. Und drehen die raus. Und drehen die raus. Dann könnt ihr den alten Bremszylinder ausnehmen. Könnte ein bisschen schwergängig sein. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Ich versuche es mal. Er ist natürlich wieder verrostet. Und alles. Also, er musste getauscht werden. Ist auch in Ordnung. Hier die Auflagefächer. Machen wir gleich ein bisschen sauber. Hier hinten die Bremsleitung. Lägt euch da irgendwie ein bisschen Latten drüber. oder sowas, dass da nichts reinkommt. Das machen wir auch. Dann ist das alles ein bisschen geschützt. Hier hinten die Bremsflüssigkeit, die ausgelaufen ist. Und drüber getropft ist. Das müssen wir nachher sowieso dann mit Bremsenreiniger sauber machen. Schön alles reinigen. Sonst fängt es an zu rosten. Und das wollen wir ja nicht. Mit Bremsflüssigkeit sowieso aufpassen. Nicht irgendwie an den Lack. Wenn ihr es an den Fingern habt. Ihr seht, ich habe jetzt Gummihandschuhe an. Nicht an den Lack packen. Weil das frisst den Lack auf. Sollte das mal passieren. Und ihr habt irgendwie Bremsflüssigkeit geschlabbert. Viel, viel Wasser rüber kippen. Das ist, wenn das Einzige. Nur mit Wasser abspülen. Nicht reiben oder irgendwie was. Wirklich nur Wasser. So, habt ihr das soweit gereinigt. Ich bin jetzt hier leicht mit der Drahtbürste rübergegangen. Ein bisschen Bremsenreiniger auf dem Lappen. Und hier rüber wischen. Das reicht jetzt eigentlich auch erstmal. Dann nehmt ihr euch euren neuen Bremszylinder. Schaut auch, dass es richtig rum ist. Ventil oben. Anschluss für die Bremsleitung unten. Bei dem ist es auch einfach. Wie gesagt, er hat nur das eine Loch. Und er passt nur in eine Position. Dann nehmt ihr den Bremszylinder. Setzt ihn rein. Passt ein bisschen auf. An der Bremsleitung nicht zu doll liegen. Setzt ihn an. Und setzt die Schraube an. So, bevor ihr jetzt die Schraube, die Halteschraube für den neuen Bremszylinder, ganz anzieht. Ihr seht ja, viel ausrichten braucht man nicht. Das zieht sich eigentlich mit der Schraube. Solange noch ein bisschen beweglich ist, die Bremsleitung hinten schon mal einführen. Dass das auch gerade ist, nicht verkantet. Die Schraube schon mal mit der Hand andrehen, damit auch alles schön gerade ist. So, diese Halteschraube für den Bremszylinder bekommt 9 Newtonmeter. Mehr nicht. Habt ihr nicht so einen kleinen Drehmomentschlüssel? Also ihr zieht sie fest. Und bei einem größeren Widerstand, sag ich jetzt mal, im Handgelenk, ja. Ist auch gut. Also jetzt nicht mit Gewalt abreißen, muss nicht sein. Unsere Bremsleitung wird nachher mit 16 Newtonmetern an den Rappdremmszylinder angeschlossen. Auch nicht überdrehen. Fest ja. Das System muss ja dicht sein. Aber da auch beachten, wie ich abreißen. Zum Schluss nicht vergessen, das Staubkäppchen wieder aufsetzen. Damit das Ventil auch ein bisschen geschützt ist. Jetzt gehen wir noch hin, machen das hier mit Bremsenreiniger ein bisschen sauber. Die alte Bremszylinder, die ausgelaufen ist. Und dann bauen wir auch gleich die Beläge wieder ein. Und fangen wir an und kompletieren wieder unsere Bremsbeläge. Was ihr jetzt hier seht, ist die Bremse von hinten, so wie wir sie ausgebaut haben. Ich habe sie jetzt einfach mal so aufgebaut, damit ihr es besser sehen könnt. Ihr habt hier nochmal den Vergleich. Hier ist der Hebel für die Handbremse. Das ist die andere Seite. Wenn ihr euch das so nebeneinander legt und dann einfach so umbaut, habt ihr es einfacher. So, was wir jetzt machen. Wir nehmen hier etwas von unserer Kupferpaste. Ich habe das als Spray, das gibt es auch als Tube. Wir gehen hier hin und machen ein bisschen auf die Anschläge. Ganz minimal. Auch hier am Bremszylinder nur ein bisschen. Man kann auch hier, wo das Handbremsteil noch reinkommt, auch ein bisschen. Alles nur ein bisschen geschmiert ist und auch nicht wahnsinnig quietscht. So, habt ihr es dann einmal komplett raus. Hier unten hängt es ja dann nur noch am Handbremsseil. Das ist dann so gesehen die komplette Einheit. Wenn ihr Bremsbeläge bestellt, es gibt die auch als fertig montierten Satz. Das habe ich jetzt hier nicht, sondern wir bauen den so wieder zusammen, dass er so ist. Wird dann so wieder eingesetzt. Erleichtert euch den Zusammenbau. So, habt ihr das hier soweit eingelegt. Euer Handbremsseil unten eingehangen. Grob ausgerichtet den ersten Stift hier rein. Nehmt ihr euch die Feder und das Unterlegplättchen. Schaut so ein bisschen, das muss gerade sein. Ich stehe leider mit den Dingern immer ein bisschen auf Kriegshus. Ich brauche da mal ein paar Anläufe. Bis ich die wirklich drauf habe. Ich brauche das hier. Ihr seht, das Ding will nie so, wie ich gerne will. Dann haut mir auch meistens diese blöde Kille ab. Aber ihr müsst das da einmal vor euch anmachen, weil sonst sitzt das nachher alles nicht richtig. Und wie gesagt, die Dinger sind nicht mal so widerspenstig. Die wollen einfach nicht, so wie ihr gerne möchtet. Aber mit ein bisschen Geduld und Spucke geht das auch. Habt ihr das soweit, dann geht es daran, jetzt noch die letzten Federn einzuhängen. Einmal hier die obere Rückzugsfeder und hier unten die untere Rückzugsfeder. Aber es ist manchmal ein bisschen gefummelt, weil die Federn dann doch nicht so wollen, wie man selber will. Und ich hab da auch schon sehr oft geflucht, weil es einfach nicht funktionieren will. Und dann geht man hin und dann versucht mit einer Zange die Federn ein bisschen zu ziehen. Und wie ihr seht, man rutscht ab. Aber das funktioniert. Und ein bisschen Geduld dabei haben. Nachdem wir jetzt alles hier zusammengebaut haben, kontrollieren wir das, dass der auch alles richtig sitzt. Hier am Kolben. Dann, ich gehe nochmal ganz gerne hin mit einem Pinselchen. Ein bisschen Fett, als Säckfett an die Federn. Aber auch nicht massen dick. Einfach nur, dass die etwas gefettet sind. Dann müssen wir gleich gucken, dass wir hier noch unseren Rücksteller schlichtig dran machen. Damit er auch seine Arbeit tun kann. Das Ding ist immer so ein bisschen widerspenstig. Aber es muss. Bei unserer Nachstellung muss sie auch funktionieren. Na komm, schlack. Zack. Da ist es drin. Dann schauen wir gleich noch. So, jetzt stellen wir noch unsere Nachstelle vor Richtung ganz zurück. Das die Beläge anliegen. Werfen nochmal einen prüfenden Blick drauf. Alles gut. Alle Federn sind richtig eingehangen. Das ist alles gut. Dann können wir auch unsere Bremstrommel nehmen. Wie wir natürlich vorher auch sauber gesprüht haben. Setzen die drauf. Dann kommt hier noch die Kreuzschraube wieder rein. Und das war die Bremse von der Hinteraxe. Mit dem Radbremszylinder. So, das war die Hinterradbremszylinder. Mit dem Radbremszylinder. Den ich getauscht habe. Am Astrife. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch. Einen Kommentar. Und natürlich auch ein Abo da. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.